Was haben wir gemacht, das ist verrückt und zu machen? Du? Lass mal das sein, ja? Russische Scheiße. Ey, 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 wenn Sie sich beruhen, russisch auf die Presse. Was ist jetzt passiert, dass Sie so reagieren müssen? Ich muss einfach so reagieren. Nein, Sie gehen auf die Straße und sagen, dass wir uns verrückt sind. Ich habe nichts gegen einen Menschen, aber ihr seid verrückt. Warum? Warum? Was ist die Begründung dafür? Ganz einfach, weil er 70 Jahre Kriege gegen Palästinenser führt. Ihr führt einen Krieg gegen Palästinenser. Ah, das ist jetzt eine linke Geschichte. Ich bin auch nicht link, ihr führt einen Krieg. Ihr führt einen Krieg und wollt hier euch installieren. Das ist ein Restaurant? Und euch, ja, in Berlin, in Berlin. Darf man kein israelisches Restaurant in Berlin haben? Nein, 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 so einfach nicht. Was ist los mit diesem Restaurant? Ihr seid gemein, ihr seid einfach nur gemein. Okay, warum? Einfach nur feirot. Weil ich Humus und Farafeln mache, bin ich gemein? 2.000 Jahre, wollt ihr das nicht kapieren, dass die einen so sind und die anderen so sind? Ich denke, das ist umgekehrt. Aber ich will es nicht mehr zu verstanden. Nein, 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 2.000 Jahre. Sie kommen jetzt, ich rauche hier eine Zigarette und ich trinke Kaffee. Sie kommen zu mir und beschuldigen mich, dass wir sind verrückt. Warum? Weil du hier bist, weil du hier bist, in meinem Land, in meinem Land, du bist in meinem Land, ich bin in eurem Land. So, was soll ich zurück zu meinem Land gehen? Was soll ich hier? Aber Sie haben gerade gesagt, dass wir dafür nicht in Israel sein, weil wir reifen der Palästinenserin. So, ich darf hier nicht sein, aber auch nicht in den Palästinenserin sein. Ihr seid Gäste der Palästinenserin. Und hier, was sind wir? Unerwunsch, sollen wir zurück zu Palästinenserin gehen? Nein, ihr seid auch nur Gäste. So, wir sind überall Gäste, wir haben kein Recht auf das Heim. Kein Problem, ihr seid nur Gäste. Und dann dürfen wir keine Hummus und Falafeln machen? Ja, ist dein Problem, aber du bist nur Gäste. Warum bin ich verrückt, weil ich Hummus und Falafeln mache? Nein, du bist Gast. Und? Deswegen darf ich kein Restaurant machen? Doch, du darfst es aber nicht. So brutal. Was ist brutal hier? Das ist brutal. Was? Du willst, dass wir dich schützen? Du willst, dass wir mit meinem Geld... Bleiben Sie bitte, komm weg, weil Sie spucken mich an. Hör mal, hör mal, du willst, dass ich Sie mit meinem Geld schütze? Mit meinem Geld, mit meinem Geld... Wissen Sie, wie viel Steuern ich zahle hier? Ich? Ach du! Du spucken mich an, bleiben Sie weg. Du kannst einen Steuer bezahlen... Sie spucken mich an, bleiben Sie bitte ein paar Meter entfernt von mir, okay? Geh doch weg von hier, geh doch weg, geh weit weg. Und Sie sollen das mir sagen? Aber ich bin hier. Du, ich lebe hier. Und das ist meine Heimat. Und ich? Und du hast keine Heimat. Nicht in Israel dürfen wir leben und nicht hier. Du hast aber keine Heimat. Das ist Antisemitismus, offentlich Antisemitismus. Ja, bin ich auch. 4 Millionen? Scheiße. Du kriegst auch deine Rechnung. Du kriegst deine Rechnung. Kann ich Ihren Namen bitte haben? Ach, das kannst du auch. Wie heißen Sie bitte? Ach, und was soll das bringen? Ne, ich wissen mit, wer Sie zu tun haben. Eine bescheuerte Rechnung. Du kriegst eine bescheuerte Rechnung in 10 Jahren. Was wollen Sie machen, in 10 Jahren, bis du nicht mehr lebst. Ach so, Morddrunk. Ich werde top sein in 10 Jahren. Nein, nein, in 10 Jahren lebst du nicht mehr. Warum? Warum? Weil Sie werden mich umbringen, oder was? Nein, ich doch nicht. Ich bin doch Hitler nicht. Ich bin doch Hitler nicht. Ich bin nicht Hitler. Aber Hitler war gut, oder? Aber diese Scheiße geht nicht hier. Warum? Weil es ist nicht mein System. Aber das ist nicht Ihr Restaurant. Das ist mein Restaurant. Aber nicht mein, aber auf meinem Boden. Ich zahle hier mit. Das ist nicht Ihr Boden. Nein, ich meine mein Leben ist das hier. Aber meine auch. Nein. Nein, nein, nein. Geh zurück, geh zurück nach Palästina. Aber Sie haben gerade gesagt, dass wir uns verlassen, weil wir Palästina dürfen nicht sein. Geh doch zurück, Trump und Palästina. Geh doch zurück, Trump und Palästina fein. Okay, ich denke, dass Sie sind, was mit Ihnen zu sprechen. Trump und Palästina ist doch super. Geil. Aber es geht nur ums Geld bei Euch. Bei Euch geht es nur um Geld. Und bei Ihnen nur um Hass. Bleiben Sie bitte weg von mir, weil Sie spucken. Aber Du kriegst deine Rechnung. Du kriegst deine Rechnung. Du kriegst deine Rechnung in 5 Jahren oder 10 Jahren kriegst du deine Rechnung. Gut. Und deine ganze Familie und deine ganze Sippe hier. Achso. Alle werden uns alle umbringen, ja? Weiß ich nicht. Aber Sie wünschen das, oder? Sie werden sich freuen. Egal. Ich möchte mit dir eine Rechnung. Gut. Ihr seid doch... Was wolltet ihr nach 45 hier? Was wolltet ihr nach 45 hier? 6 Millionen Menschen sind umgebracht worden von Euch. Was willst du denn hier? Das ist eine sehr gute Frage mit solchen Leuten wie Sie. Das ist eine sehr gute Frage. Leider gibt es zu viel von Ihren Sorte. Ja? Was willst du hier? Okay. Euch lieben wir nicht. Und was willst du hier? Ja, ich weiß das. Und warum bist du hier? Warum bist du hier? Gut. Gut. Ah, Polizei! Niemand schützt Euch. Niemand schützt Euch. Niemand schützt Euch. Wir werden alle wieder in Gaskammerland. Alle wieder zurück in der blöden Gaskammer. Keiner will Euch. Keiner will Euch hier. Keiner will Euch hier. Und ich will ein kleiner und jüdischer Restaurant. Ha, 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 ha. Machst du mir ein Kompliment? Danke. Siehst Du? Was macht der Polizist? Ja, geht nach Hause. Nein, nein. Komm zu Ihnen. Und zu mir? Ja, jetzt. Fein. Jetzt werden Sie sehen, wie Ihr das sieht. Ja, und wie finde ich das? Wir haben hier Zigarette gemacht. Fangen Sie jetzt mal das Video aus.